PUBG, musst du unbedingt holen, hat ein Bekannter gesagt. Ist ähnlich wie Battle Royale. Keine Ahnung, was Battle Royale ist, habe ich nie gespielt, aber... ...hast mir geholt und... ...naja, das sind meine ersten drei Wochen. Und da könnt ihr mal gucken, wie ich das Spiel so erlebt habe. Wir fangen mal an mit... ...Fahrzeug im Allgemeinen. Was kann man alles kaputt machen? Hinterher wird's vielleicht auch ein bisschen lustig und... ...vielfache ich ja sogar was. Ja, abwarten. Viel Spaß beim Zuschauen. Warum gewinnen? Gewinnen kann man später, ne? Erstmal Spaß haben. Über das Haus da. Ah. Ja, da du ja schon einen M4 hast, krieg ich jetzt die AWG, ne? AWM. AWM. Ja. Der ist ja immer links, links ist er ja links in deinem Haus immer cool. Ich sehe es nicht, deswegen kommt. Am Waldrand ist er. Ja. Oh nein. Ja. Okay. Er war das Gleiche. Ich habe er random geworfen. Hä? Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Oh. Oh, Scheiße. Oh, Chris, ey. Ist nicht dein Ernst. Ja. Ja. Ich bin im Haus, ist einer. Aber ich habe eine Sichel, ne? Was? Der ist so ein Fenstergeöpft. Hinter mich. Ich habe gedacht, der ist vor mich geöpft. Der sitzt hier direkt. Mach ihn sichel. Ja. Mach ihn sichel. Ja, du hast ihn. Mach ihn platt. Ich sterbe. Ich kann ihn nicht sichern. Ich kann ihn nicht töten. Richtig, hau ihn die Bücken. Hau ihn die Bücken. Ja, genau. Jetzt, hey, rett mich, rett mich schnell. Rette mich. Wo bist du? Ach, da. Hier. F. Lol. Hoffentlich ist dein Mädchen in der Nähe. Der wird doch schon lange da, oder? Mit der Sichel. Ja, ich schon. Alter, geil. Ist wirklich geil. Wir könnten das Haus auch stürmen, aber es hat so viele Gänge auf jeder Etage, da habe ich keine Lust drauf. Du weißt halt nicht, wo die sind. Die können überall sein. Die kommt, glaube ich, gerade runter. Ja, einer schon unten. Unten ist er, naja. Einer kommt jetzt hier draußen. Nee, der geht rein. Der andere ist hier rechts über den Zaun. Ja, einer ist rechts. Ja, habe ich gesehen. Die kommen zu uns, kommt zu uns. Warte. Oh, die gehören nicht zusammen, oder? Nee, nee. Warte, lass ihn rein. Der geht jetzt rein. Der geht jetzt rein. Ja, der geht echt rein. Die gehören nicht zusammen. Nein. Aus dem Fenster kommt einer. Ja, die fährt dann raus. Ja, sehe ich. Die gehören nicht zusammen. Wie Kilo. Ich brauche Popcorn. Ich brauche nicht Popcorn, ey. Rechts ist wieder einer raus. Der sieht jetzt den drinnen. Das ist auch geil, oder? Die tätschen so miteinander rum. Die raffen gar nicht. Da treffen die sich nicht. Der ist jetzt aus der Mauer raus. Der flüchtet. Deine flüchtet. Hab ihn. Der andere kommt hinten raus. Kommt jetzt auch die Richtung. Ja, hab ich gesehen. Kommt zu uns. Guckt zu uns. Guckt zu uns. Ich lenke ihn ab. Loot. Jetzt kommt er zu mir. Nee, er guckt zu mir. Hast du? Ja. Das waren doch nur zwei. Das sah aus, als wären es mehrere. Weil die so komisch gelaufen sind. Ich bin mir nicht so sicher, weil das sah so aus, als ob die sich selbst verfolgt hätten. Ja, gell? Super komisch. Links von uns. Da läuft da noch einer. Da läuft da einer. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Rumfahren. Einfach hinfahren. Hä? Wo denn? Da. Ich bin rausgeschossen. Ich bin rausgeschossen. Ich bin ja mitten auf der Straße. Ja, wir fahren. Die anderen sind weggefahren. Nee, nee, die sind auch da. Irgendwann bei den Häusern, wa? Warum hat der mich denn hinten rausgeschossen? Junge, ich hab den absolut nicht gesehen. Kein Problem. Weiter? Ja, Moment. Moment. Jo. Und los. Dann mach mal Richtung Süden jetzt. Obwohl die haben... Ich glaube, wir schießen sie dann auch. Ja. Steffen. Ich glaube, wir sollten warten, bis sie mit dem Jeep ankommen, gleich hinterm nächsten Hübel und aus dem Auto rausballern. Jetzt bin ich rausgestiegen. Entscheidungsfindung. Noch ein paar Minuten Zeit. Okay, Jeep kommt. Hauptstraße. 355. Ja, ich stehe. Und fall. Los, ab ins Auto. Wollte ich direkt hinfahren zu dem? Ja. Schnelle Runde. Da steht einer. Ich bin down. Irgendwo müsste noch einer sein. Ich bin down. Da ist einer am Tank. Habt ihr? Ich bin down. Ja, einer hat mich. Ich bin down. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin schon fast weg. Chris, Chris, komm zu mir. Da steht einer an der Tür, warte. Ich bin jetzt tot. Ich bin tot. Ja, aber ich habe den wenigstens noch. Einer ist noch da. Der ist bestimmt im Haus. Ja. Ah, jetzt habe ich zwei Kills. Nein. So, braucht den anderen zwei im Visier. Was? Danke. Der ist da beim Baum. Der läuft jetzt weiter. Von mir aus hinter den Steinen. Wir müssen gleich auch los in die Zone, ne, Jungs? Ja. Ich würde sagen, wir rennen hinter dem Heer. Ja, da im... Genau. Dann... Wir den vor uns haben. Ich sehe den zweiten nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Weiß ich auch nicht. So, der ist jetzt beim Stein. Auch SE. Ja. Rollen wir oder nicht? Kann sein, dass da noch einer rechts von uns war. Ja. Wir müssen. Und los. Ja. Ab über die Straße hinter dem Heer. Habt ihr den noch ungefähr? Ungefähr habe ich ihn noch. Äh. Ich mag, bei wem guckst du mit? Im Knüssen. Mhm. Ist der schon hoch? Denkt dran, der wird uns jetzt kommen, ne, wenn wir alle antworten. Da oben steht er. Auf... Äh, jetzt ist er gerade über die Koppe bei 155 Grad. Ja, der kommt ja hinterher. Ich zirkel oben bei 195 rein. Da ist der zweite, da ist der zweite. Wo? 100... 200. 195 zu 100, direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob er mich hier ist. Beim Stein. Hier beim Stein. Kaputt. Ohne. Und rein. Der links wird jetzt kommen, ne, der das gehört. Oh, der wird aber knapp. Ich bin ausgenockt, aber in der Zone. Da kommt ein Auto oder sowas. Fahrzeug. Ja, direkt über mir. Direkt auf dich zu. Hat der auf dich geschossen, ja, ne? Nein, ich hab geschossen, der ist raus. Der hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Du lebst noch? Ja. Naja, die schießen gerade. Ich weiß noch nicht auf jeden. Geh in Deckung, geh in Deckung, kommt ein zweites Fahrzeug. Ja, ja, ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung. Oh, direkt bei mir. Ja, ich weiß, ich bin hinter dir. Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Der ist genau von meinem Busch. Der nimmt unser Auto und fährt weiter. Ja, ja, lass ihn. Der andere ist hinter links von dir, glaube ich. Ach, der neue Auto kaputt gemacht. Ja. Da ist einer, der rascht dich, ne? Das sind zwei, siehst du die? Nein, ich seh die nicht. Norden, Norden, auf den Berg, auf den Berg. Die hocken da, warte. Gib mir Zeit. Ich hab die Granate. Die erste kaputt. Zwei Kills. Die hängen irgendwo in den Häusern. Ja, wegs von dir. Ne, links. Aber der schießt nicht auf dich. Doch, doch, der schießt auch nicht. Ne, ne, da sind zwei Schalker da, bitte. Nein, der schießt auf mich. Ich schieß auch hier nicht mehr anschlagen. Okay. Ja, stimmt. Oh. Anne. Dann spring da runter. Springen runter und schwimmen rüber. Die müssen jetzt eh kommen. Vielleicht ist da unten auch einer. Auf der anderen Seite. Ich komme nicht hoch. Ne. Bleib unten und fang die ab. Da läuft er. Ja, ja. Ja, links. Zwei Mann. Jetzt sind wir eine aus dem Zaun. Da kommen sie. Einer ist am Erdrupp. Zack. Er hat sich da hingelegt, ne? Ja, ja, eben. Ah, das hat sie nicht ganz gekriegt. Jetzt laufen sie. Läuft zurück. Jetzt sieht er dich. Er hält direkt auf dich zu. Gib ihm. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Ja, mach mal locker. Der andere, der andere, der andere. Ich suche. Der ist hinter dir am, irgendwo da an der linken Kante irgendwo ist der da. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ja, der Quatsch, da siehst du ihn? Mach den anderen, er ist fertig, der verrät dich. Das ist aber egal. Ja, nee. Pass auf, er kommt. Seh ich. Also links ist auf jeden Fall noch einer bis zwei. Und in den Häusern. Scheiße. Ah, da ist der, der links ist, der kriecht da. So kriecht er, ich hab ihn schon. Stürzt doch. Hab ihn. Ja, easy. Noch zwei. Die letzten zwei sollten vor seinen Häusern sein. Ziemlich safe. Oh, wir sind drin. Easy, die müsst ihr uns, das wird das nächste, der noch. Der Berg ist perfekt. Einfach sitzen bleiben. Ja. Es könnte links noch einer sein, aber unwahrscheinlich. Ich krieg diesen beiden Häusern. Vermutlich auch mal, die müssen noch dazu. Einfach warten. Ich hoffe, die gehören zusammen. Wenn ihr links jemand wäre, der schon auf mich geschaut hat, ich sitze so auf einem Hügel. Da kitzelt die Asiaten, vielleicht schon ein bisschen feige. Das wird das dritte, der noch. Ohl, beweg dich nicht. Sovolle. Ja, ich bin doch hier halt am Berg. Ich seh mich ja nicht. Ich kann man sich hinlegen und chillen, ich brüste nicht auf mich. Ja, Chris, wenn du Energy oder sowas hast, drück dir alles drin, bis seine Leiste voll ist. Mach ich. Wo sind die denn? Pass mal auf, die Cap, direkt vor uns am Hügel. In den gelben Häusern können die nur sein, aber lass die, die müssen auf uns zu. Da sehen sie, rechtes gelbes Haus, dahinter, äh, links davon. Komm jetzt vorne, einer, einer läuft rechts, einer läuft links. Ab ihn. Ab ihn. Ja, ich hab ihn gesehen. Aber der muss jetzt eh kommen. Ja, ja, aber der kommt doch. Der kommt, der kommt. Der kommt. Ich bin ausgenockt. Ne, ne, der ist noch da. Der ist noch da. Ja, ich hab ein paar Mal gehittet. Wo ist der? Der ist in der Zone. Der ist außerhalb der Zone. Keine Ahnung, ob der noch lebend ist. Appen. Kann ich hier mal wiederholen? Komm, komm, komm. Okay, ja, ja, lass krabbeln hier. Komm, 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 komm. Arbeite dran. Jetzt gehen uns die Energies aus, ne? Ich hab jetzt das letzte genommen. Ich kenn übrigens, ich kenn, ich kenn übrigens einen, der jetzt oben am Berg sitzt, ne? Und in einer echt super Position ist. Das ist eben der, der im Auto auf uns geschossen hat. Ja. Habt ihr noch keinen Nates? Nates, Nates? Ich hab eine, ja. Ich hab null. Okay. Ich geb dir die, Christian. Du kannst damit, glaub ich, besser umgehen. Weiß ich nicht. Kannst versuchen. Ja. Wenn ich dazu komme. So, der sitzt genau da oben drauf. Ich schmeiß mal eine Testnate, ja? Ja. Ah, zu kurz. Hast du ihn zum Koppelzeiten, zum Kaktus? Soll ich auch noch? Ah, da kommt, da guckt einer. Oh. Ja. Der hat mich gekriegt, der hat da gerade immer im Black gepiekt. Sollen wir die einfach rushen? Ja. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warte, ich muss, ich heim mich gerade. Ja, da guckt, da, piekt einer wieder? Warte, ich schmeiße gerade eine Granate rüber. Oh, wieso wirft ihr den denn so kurz? Okay, 23 Sekunden. Rushen. Rushen. Rushen drauf und free fire. Okay. Ich bin down. Alter, ich auch. War gut, ja? Einer noch? Ja, ich bin auch down. Scheiße. Wo ist er? Unterhalb hier, beim Berg. Der muss kommen, oder? Ne, ich muss kommen. Der war irgendwo unterhalb am Berg. Wo hatte ich. Wo ist er? Da. Nein, die Kaffe. Blut gelaufen. Da kommt er. Ohne. Ah, ich bin jetzt weg. Nein. Fuck. Einfach durch. Da ist einer vor uns. Setz dich hinten auf die linke Seite. Hättest du mehr Chancen. Ja, warte. Ich rambe den, ja? Wo ist er? Wo ist er? Tot. Alter. Da. Scheiße, was ist denn hier los? Sauber. Ja. Sauber.